Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, wir haben jetzt hier alles geklärt. Wir müssen nun rüber zur Schenke. Also das wäre jetzt der erste Weg, den ich jetzt anschlagen würde. Falls ihr im Hintergrund etwas Gehechel hört, das ist mein Hund, der, ja, ich war gerade mit dem draußen spielen. Der muss sich gerade jetzt erst mal wieder ein bisschen abreagieren. Okay, Quests abschließen. In Greedfall kann eine Quest meist auf verschiedene Arten abgeschlossen werden. Deshadet hat mehrere Eisen im Feuer. Raffinesse, Überredungskunst, Intuition, Korruption, das Fertigen von Gegenständen auf dem Werktisch. Das alles sind Wege, die dir zur Verfügung stehen, um deine Ziele zu erreichen. Um dich in diesen Gebieten zu verbessern, verteilst du Punkte im entsprechenden Talentbaum oder trägst Ausrüstungen, die Boni bietet. Drogen und der Kampf sind weitere probate Optionen, wenn deine Feinde nicht empfänglich für deine Talente sind. Das sammeln wir nur eben schnell ein und dann fragen wir mal. Wir fragen mal nach unserem Cousin. Ich schaue meinen Cousin. Sein Name ist Konstantin. Ich glaube, er war in der Zeit aufzunehmen, zu erzielen. Ich glaube, er war in der Zeit aufzunehmen, zu erzielen. Es gab wirklich eine Party hier letzte Nacht, aber es endet schlecht. Was sollst du sagen? Der Brawl wurde aus. Meine Tavern wurde zerstört. Und niemand hat die Bedürfnisse. Ich bin entschuldigt. In den Rebel Rousers, gab es einen jungen Mann, 20 Jahre alt, mit seinem Knochen, blöden Blöden, blöden Augen, ziemlich der Talker? Ich glaube nicht. Natürlich war er da. Er ist der Mann, der begonnen hat die Kriege. Ich hoffe, dass du mich wiederholst. Ich bin nicht auf mich, wenn das nicht passiert. Okay, wir gucken aber erst, ob wir es reparieren können. Nein. Ich werf noch kein Geld zum Fenster hinaus. Die fragen jetzt mal wegen dem Schiffsjungen. Ich bin nicht hier. Ein Schiffsjungen? In meinem Bezug? Du wirst wirst. Oder ich hoffe, du wirst. Ich habe es gesehen. Das macht nicht Wasser. Niemand hat mir erzählt. Ich habe mich über einen deiner Vertrauen. Ein großer Gämpfer. Ich verstehe. Ein Gämpfer. Er hat seinen Zeit auf die Pferde von Säiler. Wo kann ich ihn finden? Hier. Können wir noch was fragen? Können wir noch was sagen? Jetzt haben wir eine Stadt dort, noch ein paar Seafarer kommen, um ihre Wagen zu spenden. Die Malachur hat wirklich eine Dumpfung auf dein Geschäft? Mehr als eine Dumpfung. Sie wurden getrennt. Als die Krankheit begann, eine Waffe von Panik folgen in die Wagen. Die Leute haben sich nicht aus dem Haus zu gehen. Sie waren Angst. Ich war bei der Verkaufung, ich sage Ihnen. Und dann, dankbar, die Alchemisten der Brücke sagten, dass Sie nicht nur so können. Die Leute waren immer nicht verraten, so ist ihre Natur. Aber sie sind wieder zurückgegangen. Es ist ein Start. Ich habe auch noch ein paar regularer Kunden verloren. Sie sind tot, oder zu Angst, um zurückzukommen. Aber das ist nichts für Sie. Die Stadt hätte sich in die Wagen, wenn nicht mit der neuen Isle verraten. Mit all diesen Säylern kommen und gehen, Sie haben wohl gehört, über Tierfredi gehört. Genau. Es gibt sogar historien, die meine schwersten Trinkern haben Probleme zu glauben. Sie sagen, dass man-trennen dort leben. Dramatoren und gigantische Fähigkeiten. Treibung unter jedem Rock. Und die Sorte der eternen Leben ist irgendwo da. Die letzte Nacht, einige Nauts haben sogar gesagt, dass sie einen dieser gigantischen Fähigkeiten zurückgebracht haben. Oh, aber du kennst dich den typen. Ob da wohl was dran ist? So, dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir das hier reparieren können oder doch bezahlen müssen. Gut, wir haben draußen einen Werktisch. Wir könnten die Metalldübel anfertigen, aber ich habe auch welche gefunden. Und damit können wir das dann reparieren. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Gut, dann. Warst du alles able zu reparieren? Ja. Just wie neu. Oder knapp. Das sieht wirklich gut aus. Du kennst das, was du machst. Ich hoffe. Kannst du mir sagen, woher ich mich finden kann? Ja. Ja. Nö, das war's. So, und wir haben hier diesen Stammkunden. Ja, das war ein. Ich habe die drei von ihnen gespielt. Was kannst du mir erzählen? Wie war er das Nacht? Er war ziemlich nervös, als ob er etwas Angst hat. Er fühlt sich nicht mehr an das Spiel, das ich erinnere mich. Und er sollte sicher sein, dass er nervös ist, wenn er er ausgespielt hat. Sag mir, was das Nacht passiert? Ein Rundfunker kam in, mit einem Stammkasten. Das Kind der Mann, die du für ein paar Coins kannst. Wenn du meine Brüste hast. Sie sprachen Worten mit dem Cabin Boy. Der Mann war defensiv, nicht so schön. Und dann hat er sie endlich verlassen. Und nach dem? Es ist so passiert, dass ich rausgekommen habe. Ich brauche etwas Wasser. Und ich glaube, dass ich die gleichen Mann gesehen habe. Aber das war nichts von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn schiefen, wenn das so ist. Sie waren nicht besonders schwer mit ihm. Okay. Wer war der Rundfunker, denkst du? Ein Jeltes Lover? Ein Geldlender? Nein, meine Frau. Sie sind in Glück. Es ist so passiert, dass ich den Mann weiß. Es war Sir Fontaine. Der Merchand. Wo kann ich ihn finden? Kann er nicht einfach mal mitkommen? Kann er nicht das Problem nicht? So. Ein Haus hier irgendwo. Da muss ich doch einfach mal das Kärtchen nehmen. Da. Perfekt. So, dann warte mal. Wir können von hier lang. Wir können von hier lang. Das war vor allen Dingen sehr gut. Gut. Wir können hier lang gehen. Ah, da ist es ja schon. Also die Details sind echt mega. Wirklich. Vor allen Dingen die Bilder immer wieder, ne? Warte mal. Das Bild kennen wir doch. Da haben wir doch gestanden und uns malen lassen. Okay. Echt schön. Obwohl es ein komisches Haus ist mit Noah. Oh. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady Dasade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here. But perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, your excellency? We got our son back. Ihren Sohn? I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband. And that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement. And it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Okay. What was your son doing on a nought ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say excellency. You must understand why. Until the noughts have set sail, we live in fear. They will take him back from us. This pact. It sounds like some fear inducing story. The noughts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Okay, also die noughten haben angeblich durch Verträge und alles drum und dran Kinder von Familien mitgehen lassen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auf eine Art glaube ich es, auf eine andere Art aber auch wieder nicht. Aber wir wissen ja, wen wir darüber fragen können. Und zwar den Vasco. Warte mal. Die Nacht den Ketzern. Das ist ja auch da direkt in der Nähe. Also arm werden wir hier sicherlich nicht. Oh, von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Die Zonen steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Dir ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm Oberkörper der Fraktion kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen zu schleichen, doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann diese eine gewaltsame Reaktion provozieren und deinen Ruf bei dieser Fraktion schaden. Okay. Haben wir denn etwas zum Anziehen? Da ist doch sowas. Ansonsten wäre das auch nicht so. Das ist das. Das war das auf jeden Fall von der Fraktion. Was hier alles liegt. Erstmal sammeln gehen. Ah, Schloss knacken. Ich kann die Schlösser knacken. Das ärgert einen dann. Da. Die Ketzer. Ich finde das lustig, dass wir Kurt nicht einkleiden mussten. Bei ihm hat man ja schließlich angesehen, dass er nicht zu denen gehört. Aber ich denke, das wäre sonst zu aufwendig. Obwohl ich glaube, bei Draken sagen muss man das sogar. Da muss man gucken, dass alle das tragen dann. Da sind doch die Ketzer. Da sind doch die Ketzer. Ja. 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 Mutta. Ja. Ja. was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the Paradise of the Illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthäus to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius' own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al Saad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al Saad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Hmm. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you. Please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Also, ausliefern werde ich sie definitiv nicht. Aber ich sehe gerade Vorschlag, mit dem Botschafter der Brückenallianz zu sprechen. Wir könnten mit Al Saaddingens sprechen. Und ich glaube, wir werden das auch einfach mal machen. Vielleicht kann er ihnen nämlich helfen. Ansonsten würde ich sie nämlich gehen lassen. Wir gehen aber hier lang. Ah so. Hier ist eine Leiter. Und die geht sie von alleine runter. Das ist super. Guck mal, ich hätte auch hier so lang. Dann hätte man uns auch nicht gesehen. Falls man die Klamotte nämlich nicht anziehen möchte. So. Ich muss. Ich muss. Zu dem. Typen von der Brückenallianz. Das war irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ich laufe hier richtig quer. Aber das ist ja egal. So kann ich nämlich noch ein paar Sachen einsammeln. Ähm. Müsste aber fast richtig sein. Ich glaube dann auch hier hoch. Zack. Mal nochmal gucken. Genau. Hier ist der Stand von dem Quacksalber. Müsste das hier gleich irgendwo sein. Du find all you need in our selection. Whatever you need to be. Da müssten wir sie jetzt doch. Ist er das? Ja, das ist er. Dachte gerade schon. Hä? Dann würden wir sie ja ausliefern, wenn wir sie zu dem anderen bringen würden. Dachte gerade schon. Ihr Excellency. Lady de Sade. Okay. A. Dachte gerade. Und das ist ja das. Die poor sind. Dachte gerade Sie. Dachte gerade. Wir sind bereit. Dachte gerade. Dachte gerade. Dachte gerade. zu Al Saad Very well I shall send an escort immediately to take them somewhere safe Upa I need to be going Goodbye Excellency Goodbye Lady Desaade We owe you our lives We are eternally grateful It was nothing I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country If you would allow me I would like to give you this It's not much but it is all that we possess Farewell You have a kind heart, Greenblood It will be the end of you but that doesn't bother me I wouldn't have wanted those poor boggers to end up on a burning pyre It would seem that I'm not the only one with a tender heart Ach, jetzt müssen wir noch zu dem einen gehen und sagen, dass wir das erledigt haben Genau No Good day Excellency Lady Desaade To what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled Curse them? How could that possibly have happened? Naja, wir sagen garantiert nicht die Wahrheit Lügen Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the bridge alliance I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned The bridge I thought as much Those heretics have turned to them But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them It is truly regrettable We have nothing else to do but pray that the luminous might shield us from their lies I must be going Farewell Excellency May the light guide you Desaade Lügen, lügen, lügen Ich finde es ja witzig So Wir haben Oh, verbleibende Punkte Wir können Punkte verbrauchen Oh, definitiv Schusswaffen Ich kann gar nicht näher ran Äh, mach den Pfand Achso, Stasis Genau Schattengeschoss Dann nehmen wir da noch einen, ne? Ach ne Wir brauchten zwei hierfür Oh, okay Äh, hier haben wir nichts Hier haben wir nichts Gut Ähm Hier kann ich mich ja jetzt eigentlich wieder umziehen, ne? Was? Ich will aber das trotzdem anlassen Irgendwie sieht das besser aus Okay Äh Captain, was dafür haben wir über die Verträge der Nauten Find einen Weg, die Fracht nach Tifadi zu bringen Und Ach ja, da ist unser Cousin Ah, genau Wir machen jetzt aber erst das Denn ich will das erst mit den Schiffsjungen fertig haben Bevor wir uns halt unserem Cousin widmen Denn ich habe das Gefühl, wenn wir nämlich Die Sachen mit unserem Cousin angehen Dann war's das auch hier Und ich würde gerne eigentlich alles abklappern Und hier ist mal jemand, der mit uns reden will Ist ja der Typ vom Anfang I still don't see Konstantin at your side I hope he hasn't been the victim of any foul play Don't worry We'll find him in time for departure I certainly hope so Would you be in need of my help in any way? What will be your official title on Teer Fridae? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous I'm coming in the capacity of official advisor Nothing more But His Highness has also asked me to report to him On certain strategic observations I am therefore required to take note of all events Chart the island and its resources But also obtain as much knowledge as possible Concerning the more dangerous creatures of the island Your help will be extremely valuable to me I have no longer the legs of an adventurer It's always a privilege to help master I need to be leaving I have quite a few things to do before we raise anchor Gut, ich finde das süß, dass die winken Ich weiß nicht, es hat irgendwie was So, dann reden wir mal mit unserem Oh, da Madame You still haven't found your cousin As you well know, we cannot leave without him Have no fear I will bring him back in time to make our scheduled departure Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy But we will have to do without I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy She claims that her son was taken from her Taken? Her son is sea gifted His parents were required to give him up To honor the terms of a contract A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract In exchange for services rendered by the Nords Some families cede more than gold In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas' contract I didn't even know he was originally from Serene But what I can tell you Is the young man hasn't seen his parents since he was a small child And ever since he's been a naught Our ships are his home And we are his only family Okay, am Anfang hab ich echt gedacht Dass, ähm, wir fragen mit den Gütern noch nicht Ähm, erst hab ich gedacht, die hätten ihn wirklich entführt Dann hab ich gedacht, okay, die Familie Äh, äh, die, äh, also die Nauten hätten ihn entführt Und von der Familie Aber jetzt glaub ich wirklich, dass da irgendwie was nicht richtig läuft Ich weiß nicht, äh Ja Das haben wir schon So I've had a word with Lady Fontaine You must know her That rich family that lives near the docks She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship She said that he was taken when he was a child Due to some contract with the Nords Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home Well, that is very unpleasant news to Sade We need to do all we can to bring the boy back to his ship Since time immemorial there has always been a certain price to pay for the services of the Nords Children born on their ships belong to them It's the rule of the sea But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange From time to time the congregation has passed such a cord And certain noble families had to give their children up Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nords? Um, no That pact ended a long time ago This cabin boy couldn't have been a part of that contract But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance Via ships Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child And regretted it afterwards But that is of little importance What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly Our nation could feel it in its coffers I will do my best Our father selling his own son for a few boat rides For ugly, that is ugly Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail That could be of use to us Gut, aber ich muss Schluss machen Und den Rest sehen wir halt beim nächsten Mal Tschüssi T Grupo Twork ori Twork 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 ành